Und nun die Länder unserer Erde, präsentiert von Jaco Wormer! Es geht los! Die USA, Kanada, Mexiko, Panama, Haiti, Jamaica, Peru Dominikanische Republik, Cuba, Caribe, Grünland, Salvador noch dazu Puerto Rico, Kolumbien, Venezuela, Honduras, Guiana, so viel Guatemala, Bolivien, dann Argentinien, Ecuador, Chile, Brasil Costa Rica, Deliz, Nicaragua, Bermuda, Bahamas, Tobago, San Juan Paraguay, Uruguay, Surinam, Fakas, Guiana, Barbados und Guam Norwegen, Schwebens und Island und Finnland und Deutschland ist euch ja bekannt Schweizer und Österreicher, Tschechien, Slowake, Italien, Türkei, Griechenland Polen, Rumänien, Schottland, Albanien, Irland, Tikus und Oman Bulgarien, Saudi-Arabien, Ungarn, Zypern, Irak und Iran Dann Syrien, Libanon, Israel, Jordan 2, Jemen, Kuwait, Farania Denn Niederland, Luxemburg, Belgien und Portugal, France, England, dann Kastanian Indien, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal und Bhutan Und Kambodscha, Malaysien, Bangladesch, Asien, China, Korea, Japan Die Mongolei, Laos, Tibet, Indonesien, Philippinische Insel, Taiwan Ceylon, Neu Guinea, Sumatra, Neuseeland, Transformation und Vietnam Tunisien, Magovo, Uganda, Angola, Zimbabwe, Djibouti, Botswana Mozambique, Zambia, Swaziland, Kambia, Guinea, Algerien, Ghana Burundi, Lesotho, Malawi, Togo, Sahara, Sahel, Sahel, Nudun Niger, Nigeria, Tschad und Liberia, Ägypten, Benin und Gabun Tansania, Somalia, Kenia und Mali, Sierra Leone, Algier Darum in Namibien, Senegal, Libyen, Kamerun, Kongo, Zahir Äthiopien, Guinea, Bissau, Madagascar, Ruanda, Mallorca, Kameran Hongkong, Abu Dhabi, Katar und auch Serbien Slowenien, Kroatien und auch noch Bosnien Monaco, Liechtenstein, Marta, Palästina, Vigie, Australien, Sudan Nachdern Lok in Arkansas Er wohnt immer in Sacramento, California, Oklahoma, seine City Charleston-West Virginia und Nevada Carson City Das waren die Hauptstädte, na und?